Musik Ja, ein herzliches Glück auf hier von meiner Seite aus mit meinem wunderschönen Schaukelstuhl, der mich an meine Kindheit erinnert, bei meinen Großeltern. Mein Name ist Benjamin Unger und ich bin vom Hotel Blauer Engel aus dem Herzen von Aue. Und ja, ich bin hier ein schöner Teil unseres Weihnachtskalenders, wo ich mich sehr drüber freue und habe natürlich auch unser kleines Kind mitgebracht, unser Lottos Hell aus der Lottos Wirtschaft, wo wir seit 2001 unser eigenes Bier brauen. Und für alle, die in der Weihnachtszeit nicht auf unsere Lottos verzichten wollen, haben wir auch etwas vorbereitet für die Weihnachtszeit, und zwar unsere Lottos to go Weihnachtsbuden vor dem Blauen Engel. Ja, wer möchte, kann dort traditionelle Speisen to go sich holen oder auch Produkte aus der Region wie Honig, Senf. Also wir wollen was Positives für die Stadt machen und auch für das Stadtbild. Und da gehört auch dazu, dass wir unseren Blauen Engel natürlich auch weihnachtlich schmücken. Ja, und das ist etwas, was uns, sag ich mal, traditionell irgendwo auch im Herzblut steckt. Und es ist ganz wichtig, auch in der Vorweihnachtszeit, immer schön positiv denken, negativ bleiben. In diesem Sinne wünsche ich eine wunderschöne Weihnachtszeit. Jetzt die Gewinnfrage. Seit wann gibt es Lottos Wirtschaft? Einag gesagt, wir schauen uns, dass wir uns gut haben. '